Hallo und herzlich willkommen zu einem Ja... The Binding of Isaac Run Ich mach mal Run them Und nimm mir dann irgendjemanden Mecky Die kleine Schlange Ja okay, äh, hallo Mecca Ich hab keine Ahnung ob die jetzt so langsam laufen weil ich aufnehme oder Ob die wirklich immer so langsam laufen Ich hoffe nicht Ja, voll Banane Ich mein, die laufen eigentlich schneller Muss man gleich gucken, wenn ich... Wenn ich, äh, die Aufnahme gestoppt habe Also wenn ich sterbe Wird das sofort beendet und Auch wenns nur 5 Minuten geht Dann ist das ein 5-minütiges Mini-Let's Play Es geht ja nicht, diese langsamen Langsamigkeit Langsamigkeit Keine Ahnung Hallo Münche Hallo Hallo Fliegen Hallo 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 Ich hab mein Schlüssel ein schlüsse habe ich aua aua eine bombe wäre auch cool nein dann nicht bleib ich schon später ich muss gleich echt etwas wegen schnelligkeit bekommen die performance einstellung ist wirklich miserabel ich muss echt nein nein das ist ein behinderter raum wo man zwei dinge kriegt zwei entwickler ich habe jetzt mal spacer item hätte ich nicht den anderen pilz bekommen können glaube ich schon ein bisschen dann habe ich eigentlich hier rein ich weiß doch wo der endgoss war mit hallo ihr hampelmänner wie geht es euch hallo also wie man hört spiel ich ohne sound da ich die musik für toilette und ich habe dann jetzt irgendwas eingeschnitten wahrscheinlich illegalen musik ich weiß ich habe zwei minzen ich glaube nicht dass sich das lohnt ohne hier in einen shop reinzugehen gehen wir weg ich versuche mir jetzt unser glück ich wünschte ich hätte auch eine bombe wen haben wir denn jetzt hier ach die babys zweifelig für scheiße ich muss warten bis die kacke hier weg ist die suppe jetzt bin ich gefangen nein das ist langweilig das ist echt langweilig deswegen nehme ich keine icicles auch weil man einfach in zeitlupe läuft und ich richtig scheiße bin nein ich 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 kann das nicht das ist mal spaß aber haha jetzt wirst du ja was kriegt was kriegt man nicht auch minzen super mein glück ist ganz weit nach oben super Jetzt habe ich ganz viel Glück. Dann hat Monstrum bekommen. Den Eichensack. Ich schufe mal die Fliege. Wenn ich bei Monstrum sterben sollte, dann ganz ehrlich... Dann... Bringe ich mich um. Ich schwäge mich um. Ich habe mal vorgekommen. Ja, ja, klar. Bei den Anfängen, wenn man noch nicht richtig weiß, wie die Gegner funktionieren und alles. Aber so peinlich. Ich weiß nicht. Ja. Super. Gehen wir mal runter, ne? Was haben wir hier? Ach, kann man sagen. Natürlich. Warum nicht? Ach, die Bienen-Dinger, ey. Ich fühle dich voll scheiße. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Ach. Gewenkt. Ich spreche, dass ich selber, weil er Angst hat. Ich habe so viel Angst. Nein. 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 Möchtet ihr die Kack auf dem Kopf haben? Dann mögen mich die Schlitten. Felix, ich möchte etwas. Was mich denn mag. Ich habe ja keine Bombe. Ich habe ja keine Bombe. Alter. Du, explodier. Sterbe. Sterb. Sterb. Schlepp. 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 Ich sehe, das wurde nicht so gut. Nein. Nein. Ich verbiete dir das. Geh weg. Sonst hier. Sonst kommt die Tante Le... äh, Lena. Ja, die Lena. Nein, ich wollte Laura sagen. Die Lena. Tschüüü, Laura. Schön, dass ich deinen Namen vergessen habe. Laura, vergib mir, Baby. Baby. Guck mal, ich hab ne Pumpe, 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 ich hab ne Pumpe. Ah, wenn ich angegriffen werde, protect er mich, ja, beschützen, genau. How to speak English? Jetzt mach ich ne Pumpe. Dann mach ich die Kiste auf. Kommen das noch zwei Bomben raus? Warte mal. Wenn ich die Fliege töte, haha. Oder wenn ich die Mahn zerquetsche, dann passiert doch irgendwas. Habe ich mal gelesen. Nein, okay. Ich hab mal was gesehen, wo man zwei blaue Herzen bekommt. Ohne Scheiß. Jetzt hab ich ne Bombe verschwendet. Behindert. Los, Vogel. Oh, die Dinger finde ich so behindert, ey. Oh, die Dinger finde ich so behindert, ey. Genau, lauf da rein, ey. Ich steh. Ich steh. Ich steh. Bis die da hochkommen, ne. Steht mal hier. Ja, ja, komm, komm, komm. Ne. Da muss man erstmal vielleicht einmal herumlaufen. Dann wollen wir herumlaufen. Dann kommt der irgendwann mal hoch. Ja. Super, ne Bombe. Super. Aua. Ich kann das nicht. Komm, nimm das. Komm, Vogel. Rächle mich. Mal wäre, ja. Hallo? Habe ich euch das erlaubt? Ich hab mich schon tot gesehen. Ich rede lang. Ach man, leck mich doch, du behindertens. man könnte ja schon sachen für drei münzen bekommen das ist 15 für die rote kerze zu viel die fliege getötet aber nichts gebraucht man da waren das habe ich gar nicht gesehen das ist ja unfassbar kannst du dir vorstellen ich könnte so kostenlose musik einstellen ja egal ich habe kacke bislang fern Das war sehr close. Das war sehr close. hhhhhhhhhhh attention attention ein keine däumchen ich fliegen sein nach nein das sind fliegen schön und könnten spinnen die wühlen sterben nein das behinderte raum spiel ich schwirr ich schwirr auf den könig spiel ich will da ein geheimen raum die frage nur die frage war nur die behinderten dinge ja die heimeraum könnte natürlich auch noch hier sein aber ich habe nur eine bombe also gehe ich dieses risiko nicht ein und ich gehe in den shop rein und gucke noch mal aber ich glaube da kann man es noch hin hallo wahrscheinlich larry junior hey ne megaman den fischern bin ich voll scheiße ja eigentlich habe ich was zum essen ich bin jetzt so ich bin jetzt so dünn im armen man immer noch dunkel leute ihr könnt ja gerne mal ihren geheimen raum aussprechen oder hier die pilze komm mal her komm mal her spring mal hier auf genau nein ich spreche nein kann doch gar nix komm mal her komm mal her komm mal her spring mal her ja komm da war gar nix leute hallo liebe leute hallo liebe leute cap up cap up cap up Ich bin eh arm. Ach, schluss. Wir müssen dran sitzen. Eigentlich sind alle Gegner hier drin. Du bist aufredd. Du. Jetzt wäre aber mal ein Item richtig gut, der so richtig viel Schaden macht. Oder auch nicht. Ich habe vorher nicht gesehen, dass hinter mir jemand war. Das war's also. Das war mein Run. Ich habe jetzt ein Windstreak von minus 2. Und man sieht es an dieser Seite. Ja. Ich weiß sicher, dass ich nix drauf habe. 198 Tode. 277 Items. 14 mal habe ich die Mom gekillt. 81 Secrets habe ich. Und Best Week ist eins. Yay. Die Endings. Diese Endings habe ich. Ach, komm mal hin. Passt alle. So cool. Items. Guck mal. Das habe ich schon alles freigeschalten. Ist das nicht krass? Und das sind die Secrets. Das war, glaube ich, gerade scheiße für die Aufnahme. Ne, egal. Challenges. Da habe ich auch nicht sehr viele Sachen. Komm, wir machen mal. Ich mache mal ein. Ein mit euch. Okay. It's in the cards mache ich. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich mache das jetzt mal für euch. Hier. Ich habe ja schon eine Karte. Die Karte ist nicht so wichtig. Smooth. Ich kann die Karten überhaupt nicht auswendig. Das ist mies. Das ist von mies. Arschloch. 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 Okay, ich habe mal hier. Ist das eine Karte? Ist das schon die Karte? Ja, so. Hatte ich die schon? Achso, ich habe Dings Slot. Zwei Karten Slot drin. Cool. Ich warte aber auch gar nicht, wenn man die andere Karte jetzt auswählt. Das weiße Schnacht. Da kommen wir wieder nach durch. Man muss doch Mom killen, ne? So. Ich weiß nicht, was Dings Slot drin ist. Achso. Da habe ich jetzt herausgefunden, was Dings Slot drin ist. Ach, Dings Slot habe ich auch. Äh, nochmal schön. Habe ich auch. Ist ja auch eine coole Karte. Komm mal hier. Sieben. Okay. Gehen wir doch mal da rein. Jetzt wissen wir, dass es die Karte spielt. Ich laufe da auch noch voll rein, ey. Ich laufe da auch noch voll rein, ey. Ahhhh. Haha, geh weg. Haha, Poison Touch Bitch. Aua. Ich... Ich mag das nicht. Ich mag das Spiel nicht. Ist voll scheiße. Warum spiele ich das Spiel eigentlich? Ich habe mir so viel anderes zu tun. Orange is the new black. Will ich nur gucken. Damit fang ich gleich an. Nach der Aufnahme hier. Dann render ich das schnell. Und dann... Äh... Äh... Dann lade ich das sofort. Für das Laurachen. Damit die Laura mal sieht, wie ich sie spiele. Wie schlecht ich bin. Dann kann sie mir... Äh... Hui. Ich will schnell. Tipps geben. Hui. Lasse wecken. So. Was... Äh... Jetzt kriege ich ja die Karte ein. Gewinnen. Dann bin ich jetzt sofort in den... Secret rum. Ich habe keinen Scheiß. Äh... Karte, sag ich schon. Äh... Bombe, wollte ich sagen. Jetzt will ich schnell. Haha. Haha. Ich habe... Ja. Haha. Ein bisschen fool. Haha. Ich guck mir auch nichts. Jetzt ist doch sofort hier mit. Hahaha. Die sind auch doof. Explodieren die nicht oder so? Wenn die... Äh... Frage wurde soeben beantwortet. Aha. Bombe? Yeah, baby. Baby, baby, baby. Ja, warum habe ich nur drei Herzen? Hatte ich nicht vorhanden. Oder... Ne, das waren gar nicht die blauen Herzen. Zwei Schlüssel. Ja, das kann ich nicht. Ist das der... Das ist der... Das ist der... Spinnenspawner... Der... Spinnenspawned. Der... Der... Der wird jetzt sterben. Oh. Ey, das ist eine Folge mal. Nein. Du bist voll gemein zu mir. Guck mal. Das sind Lovers. Ja. Der Sensor stirbt bitte schneller. Ah, nein. Der hat ein Big-Tag. Der hat ein Big-Tag. Der hat ein Big-Tag. Der hat ein Big-Tag. Aber noch so eine Bombe wäre cool. Nein. Ey, du gemeiner Sack. Oh, das ist so einer. Ach, der hätte ich sogar nicht Dings holen müssen. Pfff. Arschlecken. Arsch... Lecken. Yes, Sir. I can... Alles so geil. Du, 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 du. Yes, Sir. I can boogie. Oh nein, was hab ich vergessen? Mann, verpisst euch. Ganz ehrlich, ihr seid für Scheiße. Wisst ihr das? Scheiße seid ihr. Danke für die Karte. Tschüss. Ich hab keine Lust auf diesen Raum. Ich hab keine Lust auf diesen Raum. Spinnen und Fliegen ist das Schlimmste, was es gibt. Okay, die Spinnen folgen mir jetzt wirklich, so wie die nervigen Scheißhaussfliegen. Ähm, außer weil ich wahrscheinlich in deren, leeren Nähe bin. Aber die sind ja echt weggekratzt. Habe ich die? Ach nee, das war im Anderun, das mit dem Vögelchen. Ich zeig dir gleich mal einen Vogel hier. Komm mal her! Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Ah, guck mal, ich hab ein Herz gefunden. Ach komm, die Tütti auch noch. Ach so, irgendwas wegen Schnelligkeit. Von wegen... Ich brauch Schnelligkeit. Beste. Komm, spreng mal mal die Kiste auf, kann ich die verschieben? Schiebe ich die mal zu den Pilzen hier hin? Vielleicht kommt bei den Pilzen hier noch was cooles raus. Ah. Warte mal. Da kommen ja, glaube ich, die... Yep. Ello! Ich entschuldige mich nicht. Oh-oh-oh-oh-oh. Sinnelight, Sinnelight. Äh, nicht, Stay in Life, nicht, Sinnelight. Sinnelight, ey, wir kommen ja aufs Sinnelight. Jetzt muss ich schon mehrere Songs einbinden, ey. Fast schon eine halbe Stunde bin ich bescheuert. Das ist eigentlich... Das bleibt... ...ein Run. also ein halb ich steig das nicht machte nur ein bisschen musik drunter aber noch schön musik drunter habe ich schon gesagt und wenn das zu einem video auch wenn es eine stunde jetzt stirbt doch ganz ehrlich du willst doch sterben das sehe ich doch ich gehe mal in den shopee shop rein guck mal was sie haben eine bank habe ich nicht tun ich habe kein geld ich habe kein geld ich bin ich bin ich mache jetzt kaputt ich rieche geld ich wollte normalerweise sagen aber irgendwie das wollte nicht aus mir herauskommen also normalerweise höre ich musik dabei ich voll voll ins feuer gelaufen aber total ich weiß gerade gar nicht von den beiden sachen was besser ist keine ahnung ich weiß jetzt gerade nicht was die machen pg bank und ich glaube ein bisschen karten und meint also ich mache jetzt pg bank ich habe keine ahnung was pg bringt und ich weiß auch nicht ob das für so ein run gut ist eigentlich hätte ich die einem links kaputt machen können das ist auch so ein scheiß boss alles das ist direkt der wir haben woher gerade ich Lauf ich. Auch wenn ich getroffen werde, krieg ich dann doppelt so viele Münzen oder was. Treff mich mal bitte, damit ich 15 Münzen kriege. Da kann ich mir das auch noch kaufen. Ah, mein Arm tut gerade weh, deswegen hat er gerade diese Gelumpel. Und wie geht's euch so? Das war jetzt echt asozial von dir. Wirklich. Mach das bitte noch fünfmal. Danke. Ganz ehrlich, ich brauch Kohle. Ich brauch das jetzt extra. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich brauch das ganze. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich brauch keine Schaufel. Die bringt mir überhaupt nichts. Warum hab ich die eigentlich gelöst? Und deswegen. Egal, dann nehm ich die scheiß Schaufel halt. Könnt ich mich vorschieten? Könnt ich mich jetzt unter vorschieten? Vielleicht mach ich das gleich. Bevor ich den Boss töte. Ah, das war dieses Humble-Bande-Dings. Das ist geil. Das ist wirklich nice. Das ist cool. Ich glaub, die Schaufel ist total dämlich. Aber ganz ehrlich, ich hab eh nicht... Ich hab außerdem die T-Level-Taste gedrückt. Geh ich einfach mal in das Loch neben dem anderen Loch, ne? Ich schnube. Was ist das denn? Get out of the blind! Super. Ich hab mein Herz verloren, nur wegen der Scheiß Schaufel, ey. Ich hab grad nicht, ganz ehrlich, ich hab nicht wirklich aufgepasst. Ich dachte, aus irgendwelchen Gründen, das wäre ein Gratis-Item quasi. Dass ich das nehmen kann, ohne irgendwelche Verpflichtung zu haben. Wie zum Beispiel ein... Ah, leck mich doch, ey. Nein! Danke. Ich hab aber keinen Schlüssel mehr. Aber falls ich gleich einen Schlüssel kriege, ist der Weg schon mal frei. Stirb! Aua! Aua! Nein! Aua! Aua! Also, wenn hier gleich ein Job ist... Ach, leck mich doch. Dann bin ich reich! Nein. Das bringt nix. Ich hab aber einen Beitrag gelesen, dass man da... Dings bekommt. Ein blaues Herz oder so. Ah, ich bin so anstrengend. Ich bin auch anstrengend, ich will. Ich weiß gar nicht, was der Tower bringt. Aua. Ich bin so fackelreich. Komm her. Die Dinger sind auch verbindert, ey. Was war das? Was war jetzt der Tower? Ach, das sind Bomben. Cool. Scheiße. Ich glaub, das war grad mein Tod. Wie kommst du jetzt? Komm jetzt, komm. Mann. Komm. 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 Komm, mach dein Köppchen auf. Du wirst jetzt auch. Komm. Ich finde die Geräusche von mir cool. Komm. Ich finde die Geräusche von mir. Ich finde die Geräusche von mir. eure kam ich war schon ich mache mir schon pippe in den hosen auch mein gott das ist so schön münzen ich will es aber warum warum da hier kommen wir um der kindchen ich kriege ich ja noch ein Das wäre so geil. Warte, wenn ich da theoretisch bekomme ich ja Münzen, würde ich schade bekommen. Machen wir einfach mal, ne? Warte mal. Cool. Cool. Die mache ich gleich bei dem nächsten. Das hat sicher gelöst. Laufen, 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 macht Spaß, das macht so viel Spaß. Jetzt habe ich noch Champion, 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 Champion. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Er weffert Damage, oh. Guck mal, ich bin schneller zu meiner... ...Bill, äh, meine Träne. Oh, Pestillen, 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 Pestillen. Ich steh. Ich steh. Die L-Tour. Oh, Scheiße. Nein. Nein. Die L-Tour. Aua. Was ist das? Das ist mir voll der Agro-Kumor. Nein! Scheiße! Ich bin voll in die Grütze reingelegt. Egal. Der ist zu uns. Boah, Alter. Ich will das fast reingehen. Können wir nicht, nicht, nicht. Oh mein Gott, ihr habt mich! Ich habe mich! Oh, Krampus! Krieg ich vielleicht einen Kopp? Das wäre so geil. Ich will einen Kopp haben. Das Stück cool ist auch cool. Ok, kann man mal. Ich will einen Kopp haben! Ich meine, ein Kopp! Aua. Warte mal! ich bin so recht ja was ist es wohl was denn noch sonst also ich tüte jetzt mal weil ich die Scheiße bin. Ich tüte dich auch mal. Also ich tüte dich auch mal. Gib mir Sachen. Alter, ich schwör, gib mir Sachen. Gib mir Sachen. Boah. Boah. Ich tüte dich und face-up. Ich bin das krassig. Wie kann ich die Kacke kriegen? Gib mir die Scheiße. 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 Ich schwöre dieses Tier. Das ist mein Neffe, der jetzt reinkommt. Ich habe meinen Kopf umgedreht und es tat weh. Oh, wartet mal, Cut. Das ist mein Neffe, der jetzt reinkommt. Ich musste gerade ein Haifisch-Zelt aufbauen, aber egal, weiter geht's, weiter geht's. Ich bin schon fast eine Stunde hier am Daddeln. Jetzt mal ehrlich, ich möchte gerne jetzt die Kacke haben. Gib mir jetzt die Kacke oder ich gehe. Gib mir die Kacke. Ach, Mann. So, jetzt aber. Ne. Ich kann doch jetzt hier nicht. Ach, du Arschloch. Jetzt hast du was davon. Ich muss jetzt auch hinbekommen. Was ist denn der Soka? Ah. Cool. Danke. Super. Ach, grüß Gott. Ihr auch da. Na, ihr kleinen YouTuber. Hier będzie flach's. Die Kacke. Oh ja, die Kacke. Super. Keiner von der Tuch. Kommt schon. Boah, ich hätte gern jetzt diesen einen... Ähm... Wir nennen sich ja diese, ähm... Diese Blase, die man kontrollieren kann. Das klang jetzt grad komisch. Kontroll... ...gen... Warte mal. Ja, papa... Hier irgendwo ist ein... Hier? Hier? Hier irgendwo ist ja der... Der Secret Realm. Hab ich nicht gefunden. Vielleicht könnt ihr ja gleich noch eine Chance. Aber... Ich kann hier nicht alles machen. Ich hätte hier die Bombe mehr gefunden. Ah, ich hab hier auch keine Bombe mehr. Stimmt. Ah, nein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Komm her. Bittet euch wohl. Bittet euch wohlerm... Akmumbles. Wird vorst Creed? Kaufe ich mir jetzt überhaupt nichts vom Shop. Ja. Komm her, her? Komm her, her? Komm her, her? Ich schieße den auch weiter. Ah! Ich hab vergessen, wie das Alphabet geht. Super. Na du? Oh, der Emperor. Super. Ratet mal, was der Emperor bringt. Ach genau, zum Boss. Oh, die Kacke ist böse. Die ist gefährlich, Leute. Das kann ich mir sagen. Die ist mega gefährlich. Oh, die ist mega gefährlich. Oh, die ist mega gefährlich. Oh, die ist mega gefährlich. Ah, ich hasse etwas. Ah, nein. Ich glaub, hier könnte mein Tod werden. Ähm, ja. Ja. Wenn es so sein sollte, dann sag ich schon mal danke fürs Zuschauen, Laura. Ich glaub, du bist der Einzige, die das gucken wird, weil ich das, glaub ich, auch nicht gelistet mache. Aua. Und, ja. Kannst mir ja Tipps geben, wie ich mich verbessern kann. Wie soll man seinen Hintern treffen, wenn er die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit seinen Arsch umdreht. Ach, der ist nicht ganz ehrlich, ich lass mich gleich extra töten, dann ich hab keinen Bock mehr. Zupfen. Ja, siehste. Da. Kacke hat mich getötet. Ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Tschüss. Und jetzt.